Und man muss auch, wie du es sehr schön beschrieben hast, diese Grundeinstellung mitbringen, dass es Verbesserungspotenzial gibt und dass es immer das geben wird. Und wenn wir das vielleicht auf eine philosophische Ebene dann auch bringen wollen oder das vielleicht irgendwie hypothetisch andenken wollen, was wir auch immer wieder mit jungen und neuen Führungskräften herausheben, dass das natürlich sehr viel sein kann. Man hat eine hohe Motivation, man will halt unbedingt etwas schaffen. Man ist entweder plötzlich in diese Führungsposition gekommen oder man wollte schon immer in die Position und ist endlich dorthin gekommen. Also beides hat ungefähr so das gleiche emotionale Setup, so ein bisschen. Aber auch da muss man auch ganz unten beginnen und fangen, ja, wenn man jetzt in der Position angekommen ist, dann wird man nicht nach einer Woche dort wieder entlassen. Das heißt, es ist nicht Negatives dabei, immer und sofort nach Feedback zu fragen. Weil man ist ja aus einem bestimmten Grund, also können natürlich unterschiedliche Gründe sein, aber man ist aufgrund von bestimmten Voraussetzungen, sag ich jetzt mal grob, in diese Position gekommen. Das heißt, wenn man da offen an diese Sache herangeht, dann wird man auch feststellen, dass die Menschen um einen herum einen früher oder später auch unterstützen, sozusagen. Das ist jetzt sehr holprig gesagt, aber der Punkt ist, dass wenn man in der Führungsposition ist, dann werden die Führungskräfte über einem genauso wollen, dass man Erfolg hat, wie das Team drunter. Wenn das reziprok ist, also wenn ich dem Team quasi klar machen kann, dass ich das Bestmögliche für das Team machen möchte, dann ist ja das Feedback einholen super einfach, weil dann wird das Team sagen, hey, das ist ja cool, also wir nehmen gerne die Unterstützung an und dann wird das ja so eine schöne Beziehung mit Feedback geht in beider Richtungen. Also wieder dieses Kommunikationsthema, dann kann ich tatsächlich über alles sprechen, weil dann kann ich Probleme ansprechen mit, ja, wir haben zu viele Schuhfixe, wir bekommen nichts mehr unter, na, die Ziele waren zu hoch. Dann kann ich als Führungskraft wieder sagen, ja, ein bisschen in der Arbeitsdisziplin muss man auch wieder anziehen, weil die und die Punkte haben wir so nicht erreicht, obwohl wir uns das als Team vorgenommen haben und so weiter und so fort. Das heißt, das ist so eine, finde ich, vielmehr so eine Mindset-Geschichte, die man zuerst mitbringen muss, dass man sich einfach findet in dieser ganzen Welt und da gehört natürlich dieses Kommunikationsthema massiv dazu. Und jetzt kenne ich nicht nur dazu.